Die Landesarbeitsgemeinschaft für Familien hat ja vor ein paar Tagen einen Bericht vorgelegt, wie insbesondere Familien in der Corona-Pandemie gelitten haben. Das kann sich hinziehen von der Krankheit selber, die man in der Familie hatte, über vielleicht drohenden oder wirklichen Jobverlust, bis hin zu psychischen Problemen, die auch aus dem Ausfall von Kita und Schule resultierten. Um mir vor Ort anzugucken, wie die Lage der Familien ist und wie insbesondere auch gegengesteuert wird, zum Beispiel in der Familienberatung oder im Mehrgenerationenhaus hier in Zedenik, habe ich mich hier vor Ort mit meinem Kollegen, dem Bürgermeister Lukas Halle, informiert. Wir haben erfahren, dass die Familienberatung wirklich gerade auch in der Corona-Pandemie eine starke Stütze war und dass hier aber alle froh sind, dass jetzt die pandemischen Bedingungen vorbei sind und wieder sich getroffen werden kann, dass den Menschen wirklich im direkten Gespräch geholfen werden kann, dass die Menschen sich auch im Café, das es eben vor Ort gibt, treffen können und dass der Austausch wieder stattfinden kann. Ganz wichtig ist auch hier im Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum Zedenik zum Beispiel das Angebot der Tafel. Und auch das Angebot der Tafel war sowohl in der Corona-Pandemie wie auch jetzt unter den Umständen des Ukraine-Krieges ein ganz wichtiges. Nicht nur für die ukrainischen Geflüchteten, die auch zunehmend das Angebot wahrnehmen, sondern eben natürlich auch für diejenigen, die von den höheren Energie- und Lebensmittelpreisen stark betroffen sind. Hier leistet die Tafel in Zedenik wirklich Großes. Und diese Verbindung, die wir hier haben in Zedenik, dass eben das Mehrgenerationenhaus da ist, dass es eine Familienberatung gibt, dass es die Tafel gibt, auch das Gesundheitsamt berät hier und der Pflegestützpunkt ist vor Ort, dass es diese breiten Angebote gibt. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und ich muss auch sagen, ich bin Julian Puhle, der hier als Leiter das Ganze begleitet und auch Gabriela Manthei, die hier als Bereichsleiterin des Arbeitslosenverbandes mit in der Leitung auch involviert ist. Sehr dankbar für ihre Arbeit und muss sagen, ich habe heute hier viel mitgenommen und das wird auch weiterhin, glaube ich, ein wichtiger Schwerpunkt in unserem Sozialausschuss im Landtag sein, hier zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017